Caramba ist das gut! Egal ob Firmenfeier, Geburtstag, Hochzeit, Weihnachtsfeier oder Junggesellenabschied. Die Partygarantie gibt's im Papasitos, dem Mexican Restaurant im Gillitzer Block Rosenheim. Arriba! Infos und Reservierungen zu der Event-Location unter www.papasitos.de Und am Freitag, den 3. Dezember, findet im Papasitos die große Benefiz-Party mit den Stars aus der Serie Marienhof statt. unterstützt das Deutsche Kinderzentrum für herz- und krebskranke Kinder und erlebt ab 18 Uhr live, wenn die Marienhof-Stars um Sven Thiemann Cocktails mixen und Autogrammwünsche erfüllen. Die Benefiz-Party für herz- und krebskranke Kinder am 3. Dezember im Papasitos Rosenheim.